So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich besuche den Nullpunkt. Ja, ist natürlich jetzt ganz schwer, den Nullpunkt zu besuchen. Wir müssen einfach nur genau in die Mitte der Map, ich denke mal, das sollte jeder hinkriegen. Wir kriegen es auf der Map sogar angezeigt, wenn wir auf die Aufgabe drauf gehen. Also ich denke mal, das sollte wirklich jeder hinkriegen. Und Schande über jeden, der es nicht weiß, wo der Nullpunkt ist. Aber ich lade es trotzdem hoch. Auch einfach nur, damit ihr Bescheid wisst, wo ihr die Aufgabe abgeben könnt, beziehungsweise wie ihr sie machen könnt. Ich mache es jetzt ganz einfach, ich denke mal, einfach nur auf der Kugel landen, Feierabend, mehr muss man, denke ich mal, nicht machen. Und ihr wisst ja, natürlich freue ich mich gerne über ein Like, wenn du noch kein Abonnent bist, gerne natürlich auch ein Abo raushauen. Und zack, da sind wir auf dem Nullpunkt. Die Action ist auch schon hier, aber wie gesagt, ich denke mal, das sollte jeder von euch irgendwie hinkriegen. Ja, wir haben den Nullpunkt eingenommen. Wir sind hier die Könige. Also, in dem Sinne, euch auf jeden Fall viel Spaß beim Leveln. Guckt euch die anderen Aufgaben an. Und wie gesagt, dann sehen wir uns schon bei der nächsten Aufgabe. Und haut rein. Vielen Dank. Vielen Dank.